Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Geht jetzt auch direkt weiter mit den nächsten Hauptsache Missionen, aber bevor es richtig losgeht, würde ich mich freuen, wenn du ein Däumchen nach oben und ein kostenloses Abo da lassen würdest, würde mich und meinen Kanal extrem supporten. Glocke aktivieren, damit du auch keine weitere Folge hier auf meinem Kanal verpassen wirst, wird mega geile Games in den nächsten Wochen noch kommen. Dankeschön, dass du da bist, wünsche dir viel Spaß mit der Folge, ab geht's, let's go. Ja, good morning auch an dich, lieber Dutch, und good morning an, wie gesagt, euch da draußen, ja, dann auch auf den ganzen Support der letzten Folgen, um die letzten Folgen auch anschauen. Mega für Unruhe gestiftet, in Valentine gerade angekommen und direkt die Rambazamba Action gemacht, ja, das ist Outlaw-Life eben, was willst du machen? Was geht ab, Hosea? Auf die Jagd gehen, wollen wir jetzt wirklich jagen gehen mit Hosea oder was wollen wir machen, ne? Müssen wir gerade mal nur die Map abchecken, was haben wir denn mit ihm hier? Versuche von Informationen über die Old Driscolls zusammen, das wäre so ein bisschen Action. Und Leopold Strauss, äh, ja komm, wir müssen ja so oder so alles machen, na, fangen wir mal hier an, oder machen wir entspannt eine Jagd heute. Tritt ab, mit gesenktem Haupt. Ah, das sind die legendären Tiere, ne? Das sind die Schmerz. Na, ich will sie, sie war ziemlich ein Hose. Das ist okay, aber es gibt keine Bode zu sehen. Ich habe mir gedacht, dass diese große Hosea aus dem Moment ein bisschen verlaufen, das Unruhe-Bastard. Wo hast du ihn? Ein großer, laut-maufer-Bastard versucht mich zu holen, war da rum, also ich... Also, du wirst, wie es ist. Ich weiß. Wir holen ihn zu Valentine. Es ist auf den Weg, so oder. Hey, da haut mein Pferd direkt ab. Da haut mein Pferd direkt ab. Pferd. Was soll ich tun? Halt L2 gedrückt, um Pferd anzuschauen. Okay, Sattel abnehmen. Ah man, ich mochte das Pferd tatsächlich. Ich will nicht so einen Riesenstreit draus haben. Aber okay, vielleicht können wir uns was Neues gönnen dafür, ne? Oh, er ist ein Engel. Aufsatteln. Ein hier. So. Nein, nein, nein. Kneipenschlägerei habe ich erstmal genug von. Ey Tim, ich habe mich richtig verprüfelt, Mann. Das ist nun ein Hauptwert. Es erscheint auf der Karte als Pferd-Symbol. Klasse. Ich habe einen wirklich schönen Tag. Ja, was ist da? Ich habe mich verprüfung aus dem Salon in Deer Creek. Ah, ich erinnere mich jetzt. Just so. Das hat sich in ein langer Tag. Ja. Erinnere mich? Mac ging verrückt. Er hat mich verraten, um die ganze Stadt zu töten. Und Davey war so süß, wir ihn da verraten, kam er in den nächsten Tag. Erinnere mich, erinnere mich, und erinnere mich wieder zurückkriegen wieder. Uh, ich vermisse diese Jäger. Jenny, auch. Sie hat eine Spacht, die Frau. Es muss sich ziemlich schwer auf Lenny. Du kannst es sagen, er war sehr süß auf sie. Na, Lenny und Jenny können sie niemals funktionieren. Das ist wie Arthur und Martha. Oder Bill und Phil. Ja, vielleicht ist es klar. Ja, mit dem Geld wird ein bisschen lange dauern, ey. Gerade mal 58 Dollars in der Tasche, ne? Drücke L3, um dein Pferd zu beruhigen, wenn es nervös ist. Brück ich. Okay, einfach nur reden, okay. Brrrr, ruhig da, fährt ruhig da, ruhig. Good boy, good boy. Ja, so ein Kentucky-Settler hätte ich jetzt gerne, Mann. Ja. Ey, ich hatte eigentlich einen Guss so sehr, Mann. Alles klar, Mann, gönn dir mal. Jupp, alles klar. Howdy, Partner. Oh, für einen fernen Preis, ganz nahm. Sag mal so, ne? Ja, für 100 Dollar kannst du es haben. Oder wir machen fernen Tausch, oder nicht? Verkaufen für 65 Dollar. Ja, okay, das war... Verkaufen wir mal für 65 Dollar, ey. So, ein Morgan oder ein American Standard? 150, Alter. Dann müssen wir mir so ein Billigpferd kaufen, oder was, ey? Mann, ey. Mein Pferd, genau so wird es heißen. Mh, Pferd zu mir und Dienst, Ausrüstung, Sättel, ja, hab... Alles zu teuer aktuell, alles zu teuer. Ja, komm, so ein Pflegepaket für den Fünfernehmer mit, zack. Und dann hauen wir ab hier. So ein kleines Pferd, ohne jetzt, ey. Ich hätte das weiße Pferd, schweige ich ein bisschen, ey. Weißt du, kaufst du hier ein Pferd für 15 Dollar? Das ist erstmal dreckig wie, äh, weiß ich was. Das sieht so kacke aus, aus so einem Riesen, aus so einem Pony, Alter. Äh, machen wir erstmal sauber den Pferd hier, komm. Ich glaube, das Pferd braucht noch eine Runde Sauberkeit, oder? Saloon ist immer noch gesperrt, okay. Habe ich jetzt mein Gewehr und alles hier mit am Start? Ja. Ah, der Kodex, ne? Ah, John hat den Kodex. ausgebrochen. Diese Kamerafahrten sind so nice einfach, man. Okay, ich glaube, wir müssen hier rauf gehen. Wie weit ist der bitte rausgeritten, um diesen Bären zu sehen, ey? Holy shit, man. Das ist ein perfektes Wallpaper-Ding eigentlich. Ah, da ist auch eine Hütte unten. Alright. Nach Micah fragen. Vielleicht brechen sie auch den Kodex. Ja, aber den jungen Lenny mit dem verrückten Micah loszuschicken, war? Ferdig. Ferdig. Okay, jetzt hat jedes Tier und jeder Räuber hat uns auf jeden Fall hier gehört, so wie das gescheitert hat hier in den Bergen. Ah, okay. Okay, holen wir uns mal den Hasen. Mein Gott, ich brauche ein anderes Pferd, Freunde, das nervt mich. Wo ist er denn hingehoppelt noch? Mmh, lecker, lecker, Hase. Zack. Aber man feuerst hier nur sehr, oder? Ach, schau den Hasen, ob der... Hat der L1 gedrückt, um Waffenrad aufzurufen? Okay, drücke R1, um das Objektrad zu öffnen und jetzt schleuen wir mal ein Camp auf. Zack. Aus der Tasche holen wir das. Nice. Okay, herstellen, kochen. So, jetzt rauf da, zack, schön das Fleisch knusprig braten. Jetzt gerne auch sehr medium, medium rare oder durch. Okay, dann nehme ich. Dann könnte ich mir das eben. Ich nehme durch. Bin ich so der medium Typ, ich mag es nicht, wenn es so blutig ist, bin ich ehrlich. Lecker, lecker, lecker. Komm, zur Feier des Tages geben wir uns noch eins. So, jetzt den Kentucky Bourbon noch hinterher kippen. Und dann noch eine Zigarre für das Dead Eye. Dann bin ich ready. Geh mal knacken, oder wat? Ja, alles klar. Jutz Nächte. Bis morgen früh, Freunde. Oh, Kerle, ja. Ein Kaffee wäre nice, ey. Entschuldigung, Mann. Ein richtig dunkler. Ja, hat's ja gekauft, oder? Ja, hat's ja gekauft, oder? Okay, Crafting-Menü. Starker Raubtier-Köder. Stellen wir mal hier einen Quatsch. Okay, haben wir. Alles klar, machen wir alles aus hier. Ja, wo ist das Pferd? Oder Pony, eher gesagt. Let's ride. Ich könnte sein Pferd klauen jetzt. So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the light? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. We were with so many friends, right? RIP. I remember we were not around for a while, but things were looser back then. The truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Maybe we can all have a new start. Maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Okay, ich habe aber von Charles gelernt, Spuren zu lesen, Herr Freund. Da. Ja, ein bisschen Bärenkot, oder? Hm, Makofatz. Hat er gedrückt, um eine Spur in der Nähe zu untersuchen? Alright. Dann folgen wir den Mann, ne? Okay, ich habe die Färte jetzt schon verloren? Okay, da lang, alles klar Schreibt mal in die Kommentare, liebe Freunde Wer von euch hat dann alle legendären Tiere Hier in diesem fantastischen Game Gefangen, er jagt Gefangen, er gefangen, kannst du gar nicht Er jagt quasi Legendärer Bär Das sieht aber nach Bären aus, oder? Das ist ein Fisch Das ist keine Bären, ah, ah, okay Das ist gebärmt, der legendäre Bär Okay, die Fährte, die Fährte Geht nach dort Wir sind unbewaffnet, ne? Nur mal so am Rande, Hosea, oder? Ist das der Plan? Yo Kot, aha, hier ist der Bärenkot Naja, hat den Fisch direkt hier ausgeschissen Drei Meter weiter, ne? Wir sind nah Wir sind nah Äh, aufteilen, Köder benutzen Dafür haben wir extra den Köder, oder? Dieses Aufteilen immer ist einfach der größte Quag, ey Dann passiert nur, nur Unfug Machen wir Da, man hört ihn doch schon Man hat ihn doch gerade schon schreien gehört Er ist ganz nah Äh, Tasche öffnen Zack Okay, warten können wir gut Aber ich, ich hätte gerne ne Waffe Tatsächlich, ich hab nur Mein, mein, mein Revolver Okay 1,000 lb, du sagst? Mehr oder less Big scar down his face Hey, did that bait look okay to you? I think so You're the expert Ready with your gun there? I'm good You're okay You seem nervous So do you I'm fine Okay Oh, das ist keine gute Idee. Ich bin nicht... Ich habe deine Brücke, man. Ich habe deine Brücke. Oh, oh. Oh, yes. Baloo. Easy. Oh. Oh, lad nach, lad nach. Wie gibt es so sehr? Wo ist er? Das war direkt erwischt oder was? Der hat sich auch gar nicht getroffen oder nicht? Ja, gib mir mal deine Waffe, ich gehe in die Jagen jetzt. Sniper, auch noch nice. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it, it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You come in or you're going to track that monster. Ich track das Monster. Aber sowas von. I'm going to stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah. Oh man, ja okay. Der nimmt die Waffe mit. Ich dachte, der gibt mir die. Okay, pass auf. Dann trackt mir jetzt auf jeden Fall die Spur. Zack. Der müsste eigentlich einfach nur da oben sein, ne? So, Waffe raus. Und jetzt retten wir mal den Berg hier nach oben. So, wir haben ihn auf jeden Fall sechsmal getroffen. Hm. So, die Frage, wie weit nach oben ist der jetzt hier gelaufen? Ich denke mal nicht, dass er hier rumklettert oder so. Müsste doch eigentlich genau hier irgendwo campieren, oder nicht? Oh, guck mal, hier Ruinen, oh. Äh, versteckter Tunnel. Ah, okay, ist ein Bahnübergang. Easy, easy. Wo ist der Kackbär? Wo ist der nur hingelaufen, Freunde? Pferde folgen. Unbekanntes Tier. Das sind zwei Pferden, ne? Ah, guck mal, hier hat er noch was liegen lassen. Ah, da kommt auch der Zug. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ruhig, ruhig, ruhig. Brrrr. Jo, Balou, Mann, wo hängst du? Okay, da. Das ist doch absolut kacke, Mann. Das ist doch absolut kacke. Der wird hier nicht sein. Was ist denn, wenn ich jetzt die Map aufmache? Dann müsst ihr mir doch hier den Standort zeigen, ne? Genau, genau hier irgendwo. Entweder mag ich jetzt hier ein Camp auf und warte einfach, oder, oder der taucht jetzt einfach hier vor mir random auf, glaube ich. Ich würde den jetzt schon, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann würde ich den auch gerne einfach platt machen, oder? Das zeigt mir aber auch keine Spur an, nichts. Ist aber auch dumm, ey. Was ist denn das? Du fängst die Quest an, schießt dreimal auf den und dann haut der ab und die Quest ist zu Ende und der haut sie ja auch ab. Wir hätten ihn doch verfolgen können. Damn, ey. Jetzt hänge ich hier im Arsch der Weltmann und der Bär ist weg. Ja, gut, ey. Komm, dann ab, pass. Weg hier. Oder ich, ja. Ich muss anscheinend seine Fährte tatsächlich komplett neu aufnehmen, damit das funktioniert, oder? Zerbrochene Zweige nachher fährt mich jetzt einfach nur zu so einem Reh oder so, ne? Das wäre natürlich auch bitter, ey. Komm, wir holen den. Ich pfeife an das Pferd so ein bisschen hinter mir her, dass es nicht zu weit weg geht, dass ich den ganzen Weg gleich nicht mehr laufen muss. Äh, hier. Das war der Angstschiss, weil wir den gerade eben getroffen haben, glaube ich. Naja, was bin der. Wenn der jetzt hier oben ist, ey, dann ist das die heftigste Verarsche aller Zeiten, wenn man echt die Spuren aktivieren muss, damit der spawnt, ey. Das ist doch... Okay. Der Suchungsbereich ist aber... Da. Wo ist er? Uh! Okay, Mann, da kommt er aus dem Licht. Oh, das können wir nicht überleben. Und tot. Jetzt habe ich gesuchttet, Kreis wie ein Wilder. Boah. Weg hier. Weg hier. Stär auf. Und tot. Alles klar. Alles klar. Tot. Äh. Yo, ey, was willst du denn da machen? Außen nichts kommt er da einfach angerannt und überwältigt dich und dann ist er erstmal gefühlt drei Minuten auf dir drauf und haut dich kaputt. Ja gut, liebe Freunde, das war die legendäre Bärenjagd des heutigen Tages. Wir gehen zurück zum Camp und heilen unsere Wunden und dann machen wir weiter mit der nächsten Hauptsermission. Wenn es dir gefallen hat, Dürmchen hoch, kostenloses Abo, einfach nur aufs Profil beklicken, würdest du mich extrem mit supporten. Und natürlich die Glocke aktivieren, dass du keine weiteren Folgen hier auf diesem Kanal verpassen wirst. Danke, dass du da warst. Hab einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit. Ciao. Ciao.